Herzlich Willkommen in der Bäckerei Konditorei Siegrist. Jeden Tag bäckt Inhaber Martin Siegrist mit viel Liebe und Können und nach bewährter Tradition knusprige Gipfeli, Bäckli und Brote und legt sie ofenfrisch ins Regal. Sie finden bei uns auch viele süße Backwaren und leckere Torten, auf Wunsch auch für Ihren speziellen Anlass und wir führen ein großes Angebot an Molkereiprodukten aus der Region. Kommen Sie einfach in unserem Laden vorbei, da beraten und bedienen wir Sie gerne persönlich. Von unseren Kunden sehr geschätzt ist auch der Pausenservice. Wenn Sie Pause machen, fahren wir mit feinen Sachen vor. Bäckerei Konditorei Siegrist. Knuspriges und Süßes aus Seinwald.